Ah ja. Freut mich schon mal, dass ihr hier seid. Vielleicht kommen die ja hier. Was ein bisschen sneaky hier war und wir kommen hier hoch. Aber der, der, der runterfliegt, der wird doch jetzt safe sehen, oder? Ja, ich kann auch. Ne, ne, da ist ein Ballsitz. Da kommt einer, da kommt einer. Wir fahren jetzt schon. Warte, try it, 120. Oh, einer ist auf Lash, richtig krass. Einer steht, müsste in der Ulti hacken. Ja, der war gerespawned, der arme, ja. Der war gerespawned. Sorry, aber. Lass sofort zurück, ja, lass sofort zurück. Wo ist das halt, ja. Der Perf, alter. Der Perf, alter. Richtiger Ehrenbruder. Aber gut, er hatte ja gar nichts und er wusste eh diesen Tod. Was soll er machen? Ver. Was soll ich klüppen? Was soll ich klüppen? Das muss voll, ich klüppen. Hahaha. H-H-H-H-H-H-H-H